Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video von mir. Jo, fangen wir direkt an. Hier haben wir das Loser-Fruit-Paket. Äh, Fruit-Paket. Äh, Loser-Fruit-Paket. Einmal hier mit Loser-Fruit. Die ist eigentlich ganz nice. Also, ähm, ihr Pulli ist eigentlich ganz nice. Das mit den Farben. Dazu gibt es, äh, Kumpel-Rucksack. Jo, geht eigentlich auch ganz klar. Dann haben wir hier Beerenbeet. Äh, der Mod ist lustig, finde ich. Für diese Erdbeere. Und hier haben wir Fucht-Wurst. Jo, ist auch ganz nice, die Pick-Axt. 1800 Wie-Bax-Paket. Äh, das Paket. Würde ich mir vielleicht sogar kaufen, weiß ich nicht. Also, ich hab kein Geld, aber wenn ich das Geld hätte, würde ich mir es vielleicht sogar kaufen. Hier haben wir dann Loser-Fruit. 1500 Wie-Bax. Dazu gibt es Kumpel-Rucksack. Und hier haben wir dann Frucht-Wurst. 800 Wie-Bax. Und Beerenbeet. 300 Wie-Bax. Hier haben wir Gewitter. 2000 Wie-Bax. Das ist eigentlich auch ganz nice. Dazu gibt es Blitz-Umhang. Hier haben wir dann Blitz. 800 Wie-Bax. Hier haben wir Sturmblitz. 1200 Wie-Bax. Hier haben wir Sturm-Auge. 1200 Wie-Bax. Dann haben wir hier Turbulent. 500 Wie-Bax. Jo. Hier haben wir dann Rennfieber. Gibt es in zwei Varianten. Einmal mit Helm und einmal ohne Helm. Dazu gibt es Zündung. Hier haben wir Beschlagene Hacke. 800 Wie-Bax. Über ist eigentlich auch ganz nice. Hier haben wir Endlos-Rad. 500 Wie-Bax. Hier haben wir Weight-Grid. 200 Wie-Bax. Dann haben wir hier Pömpel-Hacke. 800 Wie-Bax. Und... Gesandt... Gesandte... Gesandte... Ja. Irgendwie sowas. 800 Wie-Bax. Ja Leute, das war's mit diesem Job-Video. Wenn das euch gefallen hat, würde ich mir wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo. Eine aktive Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.